Hallo zusammen, in diesem Video geht es darum, wie man bei Pendel als Liquiditätsprovider eine schöne Rendite erzielen kann, ohne dass man sich mit dem Yield Trading und der ganzen Theorie dahinter befasst. Es ist wirklich die einfachste und schnellste Art und Weise, Pendel zu nutzen und bietet dafür oft zusätzliche Rendite, wenn man schon irgendwo anders seine Einlage gemacht hat. Wenn man zum Beispiel bei Aave Stablecoins einlegt oder zum Beispiel Ether Stake bei Lido, dann bietet Pendel sehr wahrscheinlich eine Möglichkeit, seine Rendite noch ein wenig zu erhöhen. Und die Idee dabei ist, dass man bei Pendel zum einen vom Staking selber profitiert und dann zusätzlich noch Trading Gebühren verdient, dadurch, dass andere hier bei Pendel Yield Trading machen und dann gibt es noch Rendite in Form von Pendel Tokens obendrauf. Also immer, wenn man irgendwo APY verdient, kann man mal bei Pendel nachschauen, ob man nochmal etwas extra verdienen kann. Und da sind es oft dann nur ein paar extra Schritte, die den Unterschied machen, ob man jetzt 10% oder eben 30% verdient. Nehmen wir zum Beispiel mal diesen AUSDC Pool hier bei Pendel. Der beinhaltet eine Einlage von USDC bei Aave auf Arbitrum und den Pool findet ihr hier bei Pendel, indem ihr erstmal auf Arbitrum wechselt und dann hier auf die Trade-Ansicht umschaltet. Und der Pool befindet sich dann hier unter Pools. Es ist also wichtig, dass man hier nicht auf Market klickt, sondern auf Pools. Und da sieht man, dass es hier für eine Stablecoin-Einlage bei Aave mehr als 24% Rendite gibt und das ist ziemlich üppig. Und wenn ich das anklicke, dann ist das auch relativ easy umzusetzen. Ich suche mir einfach ein Asset aus, das ich hier einzahle und Pendel regelt einfach den ganzen Rest im Hintergrund für mich. Und ab dem Moment, wo ich das mache, bekomme ich dann eben auch Rewards für meine Einlage. Aber leider sind die Rewards nicht wirklich 24%, sondern nur 14% hier. Und das ist ja ehrlich gesagt auch schon mal ganz okay für ein Stablecoin. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann bin ich jetzt auch wirklich schon fertig und ich kann mir hier im Dashboard regelmäßig die Rewards abholen. Ich bekomme so lange Rewards, wie die Laufzeit des Pools ist und ich kann auch während der Laufzeit jederzeit rein und raus aus dem Pool. Meine Einlage muss ich dann spätestens am Ende der Laufzeit wieder abholen. Und das wäre hier der 27. Juni, 24. Und wenn ich diesen Termin verpasse, ist das eigentlich auch nicht schlimm. Ich kann meine Einlage auch später abholen. Nur verdiene ich nach dem Ende der Laufzeit einfach keine Rewards mehr. Ist also eigentlich überflüssig, da länger drin zu bleiben. Nur warum ist die APY jetzt so niedrig? Da war doch eigentlich viel mehr versprochen. Und das liegt daran, dass man die angezeigte APY nur bekommt, wenn man Pendel-Tokens hat und diese über einen möglichst langen Zeitraum auch noch lockt. Und hier auf der linken Seite steht auch, wie viele Tokens man wie lange festlegen muss, um an die höchste APY ranzukommen. Und das sind ziemlich viele Tokens. Und Pendel steht bei aktuell 3,30 Dollar pro Stück. Man bräuchte also Pendel-Tokens im Wert von über 1.800 Dollar und müsste die sogar noch für zwei ganze Jahre einlegen, um hier auf eine APY von 24 Prozent zu kommen. Und weil das für viele sehr schwierig ist und sich auch überhaupt nicht lohnt vom Risiko her, gibt es dafür eine sehr interessante Lösung. Und zwar besitzt PenPy hier eine sehr große Menge von Pendel-Tokens und stellt die zur Verfügung, um die APY für diejenigen zu boosten, die ihre Einlage bei Pendel hier staken. Sie boosten die APY dann auf die höchste Stufe und bekommen dafür dann einen Teil der Rendite ab. Und den Rest, den kann man selber behalten und auf diese Weise kann man hier seine APY nochmal etwas steigern. Zum Beispiel bei dem AUSDC-Pool bekommt man hier etwas mehr als 17 Prozent APY statt der 14 Prozent bei Pendel. Und das ohne, dass man einen einzigen Pendel-Token besitzt. Und das lohnt sich dann unter Umständen schon. Das heißt, man macht zunächst seine Einlage ganz normal bei Pendel und sucht dann hier bei PenPy den richtigen Pool aus. Die LP-Tokens, die man bei Pendel bekommen hat, die kann man dann hier erneut staken und dann bekommt man hier auch die Rewards und nicht bei Pendel selber. Und natürlich kann man auch hier aus dem Pool jederzeit raus. Da muss man die ganze Aktion einfach wieder zurück abwickeln, indem man zunächst mal die Tokens unstaked und dann bei Pendel eben nochmal unstaked. Und hier bei PenPy hat sich inzwischen auch ein ganz eigenes Ökosystem gebildet, das noch ein paar Extra-Chancen bietet, Rendite zu generieren. Denn wie viele Pendel-Tokens jetzt welchen Pool boosten, das unterliegt auch einem starken Wettbewerb. Die Leute, die PenPy-Tokens besitzen, stimmen regelmäßig darüber ab, wie stark die einzelnen Pools geboostet werden. Die PNP-Tokens bekommt man als Rewards für das Staking und die kann man also entweder verkaufen oder in diesen Pool hier einlegen, den VL-PNP-Pool. Der Pool bringt zurzeit eine Rendite von etwa 27%, aber man muss wissen, dass der PNP stark inflationär ist und auch im Wert fallen kann. Aber da man den ja quasi umsonst als Reward bekommt, ist es vielleicht auch überhaupt nicht sinnvoll, den zu kaufen. Ich persönlich nehme nur die Tokens, die ich als Rewards bekommen habe und würde, glaube ich, niemals für PNP irgendwas bezahlen wollen. Jedenfalls, wenn man in den VL-PNP-Pool hier eingezahlt hat, bekommt man nicht nur eine Rendite von aktuell 24%, sondern kann auch hier am Voting teilnehmen unter Bribe und dann mit abstimmen, welche Pools die Pendel-Tokens boosten sollen. Und hier kann man also seine Stimmanteile auf die einzelnen Pools verteilen und dafür bekommt man dann unter Umständen sogenannte Bribes. Das sind Tokens, die die Pool-Anbieter verschenken, wenn man für deren Pool stimmt. Und hier in dieser Spalte sieht man, bei welchem Pool wie viele Bribes geboten wurden und wenn man für diese Pools mitstimmt, dann bekommt man davon auch etwas ab. Also ich persönlich mache da immer nur mal sporadisch mit, wenn ich gerade eine größere Menge PNP als Rewards bekommen habe. So, und das war es jetzt auch schon mit meinem Tutorial und das hier ist auch der letzte Teil des Pendel-Tutorials. Ich selber setze tatsächlich wirklich alle drei Varianten bei Pendel regelmäßig ein und wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann habt ihr auch schon die eine oder andere Idee von mir gehört, was man mit Pendel so machen kann. Unter anderem kann man zum Beispiel mit Pendel auch zehnmal mehr Rewards bei Airdrops bekommen oder einfach mal die Stablecoin APY verdreifachen und ihr könnt ja meinen Kanal abonnieren, wenn ihr da auf dem Laufen gehalten werden wollt. Alle Links zu diesem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch die Links zu den anderen Teilen des Tutorials. Bis bald, erstmal alles Gute, Tschüss. Bis bald, erstmal alles Gute.